Willkommen zurück Freunde, bei einer neuen Episode von Minecraft Master Builders, ja eine neue Episode am Arsch, die erste Episode auf meinem Kanal. Und wir sind heute auf dem Start mit Sascha und Major. Das ist jetzt einfach so ne Denkpause. Und mit Curry, hört man ja auch schon raus, ne? Ja, ja. Ja man auch schon raus, direkt in die Ammod reingelabert, ne? Ja eben so. Jo man, ne richtig geile Ant. Das ist ne Ameise. Ameise, man. Kevin, das ist ne Ameise. Warte, warte, ich weiß grad nicht was Ant bedeutet. Ne, das ist ne Ameise. Ne Ameise? Ja. Wird mich grad verarschen. Das ist Ameise, man. Nein, das ist ein Baum, Alter. Kennst nicht die Ents von Herr der Ringe? Ja, genau. Alter. Richtig gut. Wie baut man das in Deutsch? Wie baut man das in Deutsch? Spass mal, wir verarschen den Mal. Ne, ist ne Ameise. Ah, ist das für Eis, Alter. Wie baut man denn ne Ameise? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich hab ne Mega-Idee, ey. Ja, das hast du jedes Mal. Ok, und ich hab jedes Mal Scheißidee, stimmt. Oh. Aber, ich geb ne Mühe. Viele Füße hatten eine Ameise. Boah, ich hab echt keine Ahnung. Die hat doch vier, oder nicht? Echt? Ne, die hat doch... Ne, tausend. Ne, tausend Füße. Ne, nein. Ne, tausend. Deswegen heißen die auch tausend Meisen. Ja, ja, ja. Ne, warte. Ne, warte. Erstmal muss der Korpus her, ne? Der Korpus. Der Korpus. Der ist doch schon wieder im Universum gewesen, Alter. Im Universum, Alter. Im Universum, Alter. Mein Körper verwest, ich bin im Universum. Nein, lass mal jetzt bestimmt. Wie viele Füße hat ne Ameise? Die hat vier. Ne, so acht bestimmt. Die hat doch keine acht Füße, Alter. Die hat bestimmt zwölf, oder so. Hä, bist du doof wie ne Ameise? Wollt ihr mich verarschen? Ja, natürlich. Ich dunkel das gleich, ey. Die hat vier Füße, Mann. Meine Ameise sieht scheiße aus, Alter. Höchstens sechs. Hä? Was ist das denn für ne Ameise, Mann? Ich will gerne dieses keuchten Mönchens oder MP3-Datei haben. Wie der war keuchten überlassen. Alter, wenn das ne Ameise. Ich weiß nicht, wie man ne Ameise baut. Hab ich einmal in mein Video eingebaut, Sascha. Ja. Ja? Ja, ja, ja. Mega neis, muss ich mal schicken. Ey, das ist viel zu groß. Was ist das schon wieder, Alter? Das ist ein... Junge. So. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht gerade. Ich bin... Ich hab ein Gedächtnis, das zu bauen. Das ist aber unmöglich. Naja, das ist halt echt nicht so einfach, aber unmöglich ist nichts, ne? Ich meine, du musst ja jetzt nicht tausendmal irgendwie... Tausend Sachen machen. Minimalistisches... Junge, ich hab jetzt... Ich hab vier. Ich mach jetzt einfach sechs Füße. Ja, aber du musst ja erstmal in das Minimalistische reinkommen. Mach jetzt sechs Füße, okay? Ich mach jetzt zehn, okay? Ja. Ja, er macht zehn. Ich mach 38. Kann ich Klötze machen? Okay. Oh Mann, das wird grauenvoll. Das wird richtig scheiße, Alter. Das wird so ein... Alter. Alter. Also ich hab noch nie sowas hässliches gebaut. Ja, Freunde, tut mir leid, ne? Ohne Witz. Zwei Minuten. Ich hab glaub ich vier Blöcke gesetzt. Was? Ja, so ein bisschen Idee hab ich schon, aber es wird halt scheiße, ey. Boah. Und da so ein klein... Kleines... Kleinen... Dingsbums hier. Bommel, Alter. Nein, wir haben einen kleinen Curry. Neben. So bin ich so scheiße, Minecraft. Also ich hab überhaupt keine... Ich, ich... Alter, ernsthaft? Das ist so scheiße von mir. So, ich brauch ne Melone, Alter. Ach so. Was ist denn da mit, ey? Trägt ne Melone, weißt du? Oh. Schön erstmal Melone am Tragen, Alter. Melone? Wo gibts denn hier Banner? Unter was? Dekoration? Einfach Banner. Banner. Hä? Hä? Einfach Banner, Mann. Banner, Mann. Suchen? Wo kann man denn hier suchen? Bösung, ey. Rechts auf dem Kompass. Okay. Boah, das sieht doch mega aus, ey. Hast du was Gutes gemacht? Genau. Ja, das ist ein richtig episches Konstrukt hier. Also... Also es ist mega scheiße. Ja, ist okay. Also es ist jetzt nicht die Welt, aber... Ich werd's überleben. 30 Sekunden, Alter. Was labert dir? Ich hab voll den Teufel gemacht, Mann. Alter, ich glaub... Ich glaub, ich werd gebannt. Das ist echt, was? Meinst du das nie wieder spielen? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das irgendwas, was... Also... Ganz ehrlich, als wenn das Ding die ganze Zeit schreit, töte mich oder so. Ey, das ist so scheiße, Mann. Wieso bin ich so kacke? Wann werde ich mal gewinnen? Wie Mülli der Müllmann hier von... Nein, ich baue noch einen. Ach scheiße, Mann. Es war gar nicht... Es war gar nicht so schlecht, aber das... Es ist fertig, Freunde. Ja, wie ihr allem... Was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Also das ist auf jeden Fall 10... Das ist original Mäh, wie ne Kuh. 10 von aus. Hä, das ist ein My Eyes are bleeding, Alter. Ist so, Mann. Das ist, Alter, das ist... Das ist ein Büffel mit Hörnern, Alter. Das ist ein Stiel... Und ne Reh. Ne Reh! Boah, das ist nice. Das ist ja richtig. Was... Was für nice, Alter. Das ist okay. Das ist doch keine Ameise. Ja, klar, Alter. 10 von Fühler. Guck mal unten dran da. Mäh. 100 von Mäh. Ist okay. Das ist nicht schlecht. Gut, ey. Das hat nichts mit Ameisen zu tun. Ja, was ist denn sonst? Hund oder was? Das sind Ameisen, Mann. Das hier? Das sind typische Formen. Das hat wieder so Pixel... Oh, stimmt. Das ist doch kein Pixel... Das ist halt unterschiedliche Kunst, ne? Das hier ist nicht schlecht. Und das sieht ja auch schon aus wie eine Ameise. Du nennst deins gerade Kunst? Ist das dein Ernst? Achso, stimmt. Kunst ist ja abstrakt. Ne Ameise sieht eher so aus. Das ist ne Ameise, Mann. Was ist das für ein Cyborg, Junge? Ja, das ist ne Cyborg-Ameise, aber keine... Ja, aber die Form ist... Die ist einfach richtig. Okay, it's okay. Natürlich haben die zu viele Beine, aber... Ja, aber das ist ne Spinne vorne. Wirklich so. Ja, eben. Das ist halt übertrieben. Aber die hat halt sowas. Nur halt nicht so groß. Einen Ameisenhaufen. Das ist doch nice. Das finde ich aber gut. Eiser Bleding. Ja, ist gut. Achso, warum? Was soll denn das sein? Es ist ein Ameisenhaufen, Mann. Einen Ameisenhügel. So. Die ganz kleinen Dinger... Trotzdem, meine Eiser Bleding, ey. Auf'n Kot. Ich will ne Ameise sehen und kein... Ja, das ist aber irgendwie schummeln, so weiß ich. Ich will ne Ameise sehen. Aber eigentlich müsste das auch Thema verfehlt sein, Sascha, ne? Wenn du das immer sagst. Ja. Weil Arndt ist ja Einzahl und dann muss man eine Ameise bauen. Ey, übertreibt man nicht. Das ist gut, ne? Ja, natürlich. Das ist gut. Ist okay. Ist okay, aber ist auch nicht so geil, ne? Mäh. Ah, doch. Was ist das für Mäh? Aber ist er auch eine Spinne, ne? Das zweite, das dritte nach mir, das war schon gut so. So minimalistisch, ne? Ja, mit dem roten, ja. Ja, und das hier... Das ist keine Ameise. Das ist ne Spinne. Nicht mehr. Das ist mal Eiser Bleding. Das ist irgendwie... Irgendwas... Ja, das sieht aus wie ein Raumschiff, Alter. Guck mal von oben, ey. Mäh. Echt so so ein Camp... Alter Eiser Bleding, Mann. Das ist Harabock, Alter. Harabock. Harabock. Hast du Harabock gebaut, du? Was für Harabock, Alter? Was ist das? Jo, Alter, das ist gut. Ja, komm, Alter. Jetzt übertreibt mal. Ihr wollt mich doch gerade verarschen. Jetzt mal ohne Witz, Alter. Ja, aber das find ich besser als das vorhin, weil das ist halt wieder so... Das sieht aus... Das ist ne Gottesanbieterin, Mann. Bei mir kann ich auch sagen, das ist eigene Kunst. Das ist von den Teufel-Turnern. Ja, bei dir war's ja auch eigene Kunst. War ja auch nicht schlecht. Ja, aber das kannst du doch so nicht sagen. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Guck mal, die hat doch einen geilen Schwanz, ey. Ja. Die trägt sogar was. Ja. Das ist am Tragen. Die Augen sind geil. Das ist deine Oma. 100 Pro. Wie, was ist das, Mann? Wassermeloon. Wassermeloon. Yo. Was ist das? Ja, es sieht aber gut aus. Ja, aber es ist kein gut. Ja, ist gut. Aber wann haben denn so Ameisen solche Ohren? Ja, die sind halt übertrieben. Die kann man halt nicht so viel... Ja, genau. Fühler. Die willst du ja einen dünn bauen. Ja. Es gibt halt keine perfekte Form. Es ist schwierig. Du musst halt dann echt groß bauen. Das hat wieder ein Problem. Aber das sieht halt... Als Gesamtbild sieht das gut aus, ja. Hm. Ja. Ja, fand ich auch gut. Ja. Wunderpro verloren. Warum bin ich denn unten, Mann? Ich hatte eine Melode. Alter, ich bin letzter. Der Curry ist letzter, Alter. Und der will mir ja was von Kunst erzählen, weißt du? Hä, ich will die gar nicht von Kunst erzählen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Schaut mal bei Taros vorbei. Und vielleicht auch noch bei anderen Leuten. Aber Taros hat heute noch eine andere Folge. Ich mache dich mit entspann.